Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Genshin Impact! Ich glaube die Sonnenbrille ist gerade nicht ganz so nötig. Naja, auf in nach Fort Merupi. Letzter Akt. Wow, ich glaube wir sind wieder hier, oder? Es gibt eine wirkliche nostalgische Gefühl in diesem Ort. Sieht aus, dass du uns missen hast. Ja. Wohin! Hat du all den Weg zu der Entenstieg, Greeter? Of course. Ich bin hier zu willkommen, und unsere dear Frau Charlotte, wo unsere guten Herrs-Nurse, die mir geöffnet. Es ist ein honorer, endlich zu treffen, die noch rumored duke! Danke für unser Besuch zu meiner Vorstellung, Herr. Nein, das ist nicht zu beden. Mit dem gesagt, ich sollte nicht die Fokus für deine Interviewen sein. Ich glaube, duinnerst das unsere Agreement? Of course, of course. All right, then. This way. Hey, no need to be so nervous. I've already taken all the photos we need. Um, Miss Charlotte, do these pictures really need to be published on the cover of the Steambird? It would seem that Miss Lorveen doesn't want her face to appear beside that of Mr. Jurrier, hmm? Sir, please don't say things like that. Ah, but it looks like dear Mr. Jurrier denies it. Might this interview be very important to you, then? No, I-I-I just... This is my first time being interviewed, and I'm very thankful to the Steambird for... Now, I might not look it, but I actually did meet Mr. Edwin once. And I'll be honest, I enjoyed chatting with you more. You've definitely got more of that genius vibe going on. The boat that brought about a miracle. The ark that saved the people. Why, you recreated a myth back there, like an emissary of legend. Still, if I might ask, where's that flying ship now? Ha! Looks like Charlotte's trying to get herself another exclusive scoop. I have to apologize, but that ship is presently in the bowels of our factory. I'm afraid it won't be easy for you to get a shot of it. Really? Well, then in that case, could I have an interview with you to make up for that loss? Yeah, so you have really got a chance to use my answer, I'm afraid. Best you interview our head nurse instead. Or perhaps you'd like to take another photo of this couple of researchers? Did you really have to use the word couple? Well, then, two solo photos will do. Is my hair messed up? Please, someone help me have a look. Things sure are getting pretty lively here. Eh, we've seen this kind of thing before. Oh, seems like everyone's here. Wouldn't any of you like to try this new drink I came up with? Ah, Sijwine. Uh, uh... Hey, Miss Charlotte. Why don't you, uh, take some pretty photos of our head nurse? Hmm? Uh, sure. Come on, Miss Sijwine. Over this way. Let's find a brighter spot. Huh? Oh, sure. Uh, do I have to smile? No. How have things been at the fortress? Yeah. Same old, same old, as you can see. Fontaine's undergone some changes, but this place is still more or less the same. Other than that flying ship, I got a tad too much attention, I think. That's why I decided to let the interview go through. We should direct more public opinions toward the behind. And the scene's heroes. Am I right, Mr. Jerrier? Miss Lurveen? You're too kind, sir. I believe that you too should have your day in the sun. Not that you would want that. Just pity. I'll just leave the spotlight to you two. I see. Lots of things happened that day, huh? Anyway, regarding that harbinger, I'm not sure you remember, but his three young followers are still waiting for his return. He sure did win them over, huh? I'll tell them that there's good news and bad news. The good being that their boss seems fine, and the bad being that they must face extended sentences for abetting his escape. Oh, actually, what about you? Are things gonna change for you too? What change can there be? The fortress will keep chugging along, and so will my duties. As to what Miss Farina's departure will mean for the nation, and if our laws and governance will be transformed, we'll leave those to the folks in the overworld. Hey, everyone. The photo shoot's done. Damn. Good. In that case, let's call it a day here. Thanks for your cooperation. Come on, Traveller, let's go. Till next time, everyone. There'll be a next time. Maybe. Who knows? I might write a story about the underwater factory next time. Until then. All right. Let's stop the docks. Ah, yeah. Oh, you know, I'd love to see you in one of Charlotte's photo shoots one night. Is that really necessary? Our line of work doesn't really require much photographing. It's precisely because we don't need the picture that they'll have value as keepsakes. We don't really look all that opposed to the idea, you know? Maybe I'm just happy that I managed to once again avoid the spotlight. I think this interview went well either way. Yes, you successfully kept crying eyes away by using Mr. Jurrier and Ms. Lorvina's shields. Very good. You should be happy for them. They have a bright future ahead of them. Okay. Ich muss mir grad so denken. Das ist nicht wie du mit kleineren Leuten sprichst. Yay! Wir kriegen noch Wohlfahrtsmahlzeiten! Der Tag ist gerettet! Kaffee bau fau 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 bin ich ja mal gespannt wird jetzt ach so moment bevor ich es vergesse wir können habe ja mal eine stufe aufsteigen lassen ich meine plus acht plus zehn prozent knapp mehr aufstieg mehr kritischer schaden hat aber leider nicht war mal ach so falls ihr euch gerade fragt woher die besseren werte kommen ich habe nicht nur in den größten hiervon oder nee ich habe eigentlich nur den ehrlichen federkiel ausgetauscht wie man sehen kann aufladerate ist jetzt etwas niedriger dafür angriff und kritischer trefferchance deutlich höher das bisschen elementarkunde ist egal lebenspunkte nur ein halber bonus von dem was ich hier habe aber das ist auch egal also ja gut das mega magische schwert des ultimativen oberherrn habe ich auch noch auf stufe 80 gebracht kann ich jetzt auch nicht weiter verstärken zumindest nicht direkt ich kann es ja immer noch durch den durch die mini aufträge der melusinen verstärken die machen wir aber erst nach der story das wird ein spaß dass alles zusammen zu farmen aber weiter geht es erst mit abenteuer stufe 50 die niedrigere aufladerate merkt man aber sie ist kein so großer verlust dafür dass man halt öfters kritisch treffer macht und so noch einschreiende tiefe freischalten die geht zwei beliebigen füge ok ich muss mal fahle fahle fliegen flammen wieder farmen erklärt aber auch zumindest teilweise den großen damage unterschied ich wusste gar nicht mehr dass euler dermaßen hinterher hinkt ich mag das hier mit den aufzügen aber meeeeeeeensch na endlich da ist er es 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 Oh, auch immer hier eine frische Brise herkommen soll. Und ich bin auf der falschen Seite ausgestiegen. Oh, ich dachte, ihr wärt noch im Fort Meropee. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. In der Zukunft, ich denke, dass wir die Unterwärmung der Unterwärmung für ihn auch geben können. Wie gesagt, will jemand sehen, dass jemand einen Unterwärmung der Unterwärmung der Unterwärmung aussehen? Oh, das wird funktioniert. Every journey beginnt mit dem ersten Schritt. Er wird dann ein Teil unserer Show in der Zeit. Lynette, kannst du kommen? Frau Charlotte sagt, dass sie eine Bildung von uns will. Entstanden. Meine, die Charlotte ist eher perceptive. Sie hat alle ausgesucht, wenn sie herausgefunden hat, dass ich etwas zu sagen hätte. Hm. Also, wie hat das alles, Traveller? Nicht schlecht. Naja... Ich bin seit einer Woche krank gestriebt, sagen wir mal so. Vater sagt, dass du während den letzten Events ein sehr viel gemacht hast. Sie ist sehr dankbar für deine Beiträge zu Fontaine. Ah, das ist okay, wir waren mehr als glücklich zu helfen. Also, was ist sie jetzt? Oh, ich glaube, du hast nicht gehört. Well... After Lady Farina left, Father and Monsieur Nervilet opened negotiations, ...during which he gave Fontaine's gnosis to her as a... ...diplomatic gift. A diplomatic gift? A gnosis? Ja. Ja. Ich bin sehr froh. Ja. Ich bin sehr froh. Aber wenn ich es überrascht habe, ... da waren tatsächlich ein paar Dinge zu tun. Es könnte sein als eine Apolose für das incidente mit Lord Childe, ... oder als thanks für seine Hilfe in tying die All-Devouring-Narwhal-Town. ... ... ... ... ... ... ... Lend significant aid to Fontaine and Poisson. Das ist wahr, aber das ist eine Gnosis, die wir sprechen haben. Das ist ein bisschen... Irresponsible. Ich würde sagen, aber ich habe auch gehört, dass... Es scheint, dass Herr Nervulet hat eine große Veränderung des Hauses gemacht hat, um die Sache zu verändern. Uh, so ist es ein Grund für das, dass nur Nervulet weiß es? Ich denke, dass du ihn selbst fragen kannst. Ah, ja, zu dem, ich habe ihn über die Entrennung zu der Fortressen von Meripede ein paar Mal zurückgezogen. Uh, ist er wirklich beschäftigt und so? Ich glaube, er hätte nicht die Zeit für das gedacht. Aber zurück zum Thema. Die Gnosis wurde geplant für die Knave, richtig? Was ist das Kind? Sie sagen, dass er zurückgebracht hat zu Snezhnaya, um zu erholen von seinen Wunsten. Ich höre, dass der recenter Disaster wirklich ein Nummer auf seine Gesundheit gemacht hat. Ich dachte, der wäre noch im Urmeer zusammen mit diesem Narwal. Außerdem wurde der Narwal jetzt echt von Skirk... Hat es gereicht, dass die gesagt hat, los, ab zu unserem Meister, meinem Meister, was auch immer. Und dann war es das? Irgendwie unterwältigend, um ehrlich zu sein. Da kann ich ihn wohl jetzt zu meinen Kampfkameraden zählen. By the way, wir haben noch sein, äh... Sasch und... Sein göttliches Auge. Das ist wahr. Wenn du dir über das denkst, haben wir viele Räume mit der Patuille gesehen. Ich dachte, wir würden sie mit ihnen zusammengekommen. Ich bin so schockt, mit solch einem einfachen Schlüssel von Seiten. Um ehrlich zu sein, ist es nicht das erste Mal. Ich bin so... Ich bin so schockt. Ich bin so schockt. Ich würde sie machen, irgendein Fall. Are you going to... Take the Gnosis back to Snezhnaya? Das ist unsere Aufgabe als Harbinger, ja. Nimm dich nicht zu überrascht mit den Seiten. Das Ziel der Fatui beschäftigt nicht nur einen einzigen Ort oder Person, sondern den ganzen Welt. Mit so großem Ziel in sich. Es ist nicht möglich, dass wir viele Maske tragen müssen. Die Maske verwenden, ist etwas, was ich immer getan habe. Welche Seite meinst du? Well, that depends on many things. No one truly knows, what the future holds. What good is honesty, if you can't rely on it forever. As for you, I very much look forward to our next collaboration. Good things can not be achieved alone. And you've proved yourselves to be great partners. Awww. A vision. Alright. I'll remember to return it. Thank you for keeping it safe for him this entire time. And that's a wrap for me. Huh? You... You're... Greetings, Miss Journalist. Uh, um... Hello. If I'm not mistaken, there are diplomatic channels I'll need to report to to take a photo of you. That is correct. So forgive me, but I will not be able to serve as a subject in your article. However, feel free to write as much as you'd like about our dear magicians, and our upcoming rookie talent. I... I will. The sea breeze is quite pleasant. I shall continue my walk while the weather remains so agreeable. Farewell. Farewell, Father. Oh, she has such an intimidating presence. I didn't even dare to take a picture. Thankfully, I've already wrapped up all my pre-scheduled interviews. Thank you all. This will be more than enough for me to write about, I'm sure. Don't be too nervous. Why don't you take a magic pocket before you go? Here, traveler. Paimon. You take one too. To move things about? That's right. Funny. I was giving out magic pockets when we first met too. And... What do you know? I'm doing the exact same thing right now. So many things have happened. But the pockets are still the pockets. I guess this must be life. We will all follow our own paths. And serendipity will lead you to your fated friends. Alright then. We'll be handing out pockets in some other districts later. So we'll get going now. Have a good day you two. Well, I guess we'll send Charlotte off. Shall we go see what we're doing? Of course he'll be so busy, that he doesn't have time to chat anyway. Of course he'll be so busy, that he doesn't have time to chat anyway. Yeah, then also auch wieder zum Fort Mer... Ja, doch, ja. Fort Meropeat. Und ja, die Aktion machen wir auch noch. Aber erst, wenn das hier alles vorbei ist. Ah! 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 Oh, er ist wirklich da! Unter dem Meeresgrund? Und vor allem unter der Talata-Unterwasserschlucht? Oder geht er irgendwie so hier entlang? Oder wie macht man das? Sorry! Ich finde das ja durchaus so architektonisch schön anzusehen. Nur dieser Eingang zu Fort Meropeat und wo Fort Meropeat dann schlussendlich liegt ist halt so ein bisschen... Oh, you really are here, Nervleck! I didn't think we were going to have free time this hour of the day! Really? Oh, I suppose you must have met Mr. Linny. He took the time to greet me earlier when he passed this way. In any case, you came at a good time. I was just considering reaching out to you to set up a meeting, so I may explain some things that I haven't had the time to before. Aw, I'm kind of glad that you remembered! Thank you for keeping us on your mind what with you being busy and all. Alright, let's have it then. How is Fontaine actually saved? The whole business is still quite the mystery to us. Hmm. Hmm. It is strange how words can often leave a bitter taste in the mouth when it finally comes time to say them out loud. Oh, is that what happened? Yeah. Forstelord destroyed the divine throne of the Hydro Archon and restored your power to you, transforming you into a fully fledged element mental dragon sovereign! But Simon still doesn't quite get what you did to save the Fontaineans from dissolving. For me, the authority of the ancient dragons refers to absolute control over the Hydro element. Fontaineans were incomplete humans born of Egeria's use of the power of the primordial sea, with constitutions similar to that of Mimics. But so long as those primordial energies remain within them, I could use the ancient dragon's authority to grant them true blood after the fashion in which life was first brought into being on this planet. In other words, when I gave my verdict, Fontaineans became true humans and thus would naturally no longer be dissolved by water from the primordial sea. Hmm. Und so kann man sagen, dass in diesem Moment die Menschen von Fontaine endlich wirklich geboren wurden. Ja. Und so kann man sagen, dass die Menschen von Fontaine endlich geschafft haben, den originalen Hydro-Archon-Wish um die Oceaneans zu realen Menschen zu verändern. Hm. Es scheint aus Ihrer Ausführungen, dass Sie noch mehr Dinge haben, die Sie gefragt haben. Ja. Schau weg. Ich werde Ihnen die Wahrheit erzählen, wie ich es weiß. Über das ursprüngliche Urteil, das über Tartaklia gefällt wurde. Ich habe seinen Fall über viele Reihen und habe gelernt, dass er einmal in ein unkönniges Chasm als er jung war. Da, mit der Chance, hat er den all-devauernden Narwhal. Aber ob es von Sentiment oder Grund gewesen sei, sollte das nicht genug sein, um ihn die Grunde der Grunde des Disasters zu verändern. Auf der Grunde hätte er eine tangente Liability gehabt. Wie das Verpflichtung, die durch den Oratrix stöhnen die Tartakulatur, ob es wegen dieser Liability von der Assoziation oder Voselor deliberately benutzt ihn für die Zeit für uns auf der Fall, dass er die Kreatur ausführen würde. Ich kann nicht sagen. Ich weiß, Voselor hat Fontanians in mind den ganzen Tag. In der Ende, es war dank der Herd, dass sie endlich realen Menschen geworden sind. Ah, hang on a second. Ich habe jetzt noch eine Frage. Back wenn Fontanians noch nicht become realen Menschen, were die Kinder ausführen? Ja, Lynette sagte, dass die Fountain ist, wo alle Wasser in Fontaine verflogen werden. Äh, Heimon, glaube ich... jetzt? Insofern scheint es, dass dieses Ritual kein weiterer Verwendung sein wird. Aber es wird wahrscheinlich als lokales Verhältnis leben. Schau weg. Ich werde dir die Wahrheit erzählen, wie ich es weiß. Ja, über das. Rosalie sagte, Farina ist bereits weg. Was ist das denn? Oh, Lady Farina. The people are only aware that her death sentence has not been carried out. She abdicated the post of Hydro Archon and left affairs related to that title to me before leaving the Opera House. I related Fosalor's words to her faithfully and completely. After hearing them, she seemed neither saddened nor comforted. She simply said that she was tired and needed to rest. Having said that, she then packed her things and moved out of the Opera House. Not unlike how an ordinary person might. Um, but she's still got a place to stay, right? You need not worry. I will make arrangements to ensure that she will not want for food, clothing, board, or travel. In truth, I am somewhat happy for her. The wear and tear on her spirit will, of course, take time to heal. But now that she no longer has to play the role of Fosalor the Hydro Archon, she can finally lay down her burdens and lead a normal life. What about you then? What are your plans now that you've regained your full powers as a Hydro Dragon? After Fosalor passed on, the Oratrice also ceased to function. This matter will directly affect our trials. After much careful consideration, I've decided to take over its role in our courts. From now on, I shall hear cases and pass verdicts by myself. Looks like you're still considering stuff from the perspective of the Udex, huh? As an elemental dragon, there are indeed many things that I must do. But this power and this duty, in a manner of speaking, you could say that both were granted to me. As such, before I attend to my other responsibilities, I must first and foremost continue to serve Fontaine as its highest judge. The duty of the Hydro Sovereign and the duty of the Udex shall coexist within my person. Additionally, the Hydro Archon's departure has brought about another problem, which is that the Opera House shall no longer produce Indemnidium. That's true. That power was derived from the people's faith in the Hydro Archon, wasn't it? Wait, but the various mechs and machines in the city are all still okay. Where are they getting their energy from? As I am now, I have full command over Numusia, and it can serve as a complete substitute. Another reason why I cannot quite leave Fontaine immediately. Wow, this ancient Dragon's authority stuff is really quite useful, huh? Ask away. I will tell you the truth as I know it. Every new villain main... Oops. But hey, I can understand it. New villain is currently one of the strongest DPS characters in the whole game. A very good ending. Maybe it is a little bit as good as Murilo as a character character. Cheья has gained in the world. New villain... What I am now looking at is... 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 Beziehungsweise... Bleibt Furi-Neena weiterhin und sterben... So... Is... Ehrlich gesagt, zu ihrem eigenen Wohl wünsche ich ihr das nicht. Ich meine, sie hat das jetzt 500 Jahre lang durchgestanden. Und auch wenn sie jetzt ihre Füllicht quasi getan hat, wie Nuvillet ja schon früher gesagt hat, sie ist nur ein Mensch. Und sie merkt ja auch selbst die Limitation, die das Menschsein über 500 Jahre lang zu leben mit sich bringt. Das ist halt etwas anderes als ein unsterblicher Geist, ein Drache oder eine Puppe zu sein. Sie hat da eher Ähnlichkeiten mit La Signora, die absolut hasstzerfressen war. Also, ja. Naja, das... Gott, wie schnell man da dann auch wieder ändern kann, ne? Also, das göttliche Herz von Fontaine. Oh, das ist richtig. Sie sagen, du hast es gegeben den Nave als ein Diplomatik Gift oder etwas. Leider, ihre Intentionalität, die zwei Fotui Harbingers haben wirklich viel gemacht für uns während dieser Krise. Their sole remaining goal in Fontaine, at least at this point, would seem to be the Gnosis. The Oratrice hat ceased zu funktionieren. The Hydro Archon's Divine Throne ist jetzt nicht mehr. Und ich brauche nicht die Gnosis' Kraft. As such, es hat sich verloren, für Fontaine. Ja, über die nächste Station meiner Reise, das wird noch ein paar Monate dauern. Ja, so... 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 Ja... 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 Eigentlich immer, ich sag mal, fortschrittlicher wurden. Ich meine, mit Mondstadt hatten wir europäisches Mittelalter, mehr oder weniger, beziehungsweise frühmoderne, beziehungsweise frühe Neuzeit. Mit Liwa hatten wir chinesisches Mittelalter bis frühe Neuzeit. Mit Inazuma hatten wir eigentlich auch schon frühe Neuzeit. Und mit Sumeru kam ja durchaus über das, wie heißt es noch, diesen Computer da sowas wie Sci-Fi rein. Ansonsten war das aber auch immer noch sehr alt. Daher würde ich auch sagen, so frühe Neuzeit und hier haben wir ja schon eher neuzeitliche, teilweise Steampunkartige, ja, teilweise Steampunkartige Kreationen in Fontaine. Ich bin mal gespannt, ob das dann in Natlan noch weitergeht oder ob das die erste Nation ist, die das komplett umdreht. Bin ich echt gespannt. Und ich bin gespannt, ob jetzt im nächsten, also bis zur Einführung von Natlan auch Mondstadt erweitert wird. Also einerseits, ob wir den Dormannshafen bekommen und, beziehungsweise oder ob wir ein unterirdisches Gebiet noch für Mondstadt bekommen, wäre beides sehr schön. Oder wenn sie kriegt noch einen zweiten, ähm, sagst du schon, eine zweite Arkon-Quest. Wobei, nach dem bisherigen, ähm, nach dem bisherigen Muster wäre dann ja Mondstadt auch das erste Gebiet mit drei Endbossen quasi. Wobei wir bisher halt auch immer, ähm, immer für den zweiten die Arkon-Quest machen mussten, außer eben bei Mondstadt. Da haben wir ja Dvalin und, ähm, und den Wolf. Und für den Wolf muss man ja gar nichts machen, eigentlich. Ähm, ja, Mondstadt ist einfach ein sehr besonderer Ort eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Naja gut, hat aber auch die größte militärische Macht, muss man sagen. Ich mein, äh, also von dem, was wir bisher gesehen haben. Ich mein, würdet ihr momentan glauben, dass Mondstadt gegen irgendjemand eine Chance hat? Gegen irgendeine andere Nation? Ich denk mal, jeder würde sagen, Mondstadt würde sich gut halten, aber letztendlich nein. Ja, und das kann ich gut verstehen. Ich mein, wir alle wissen, Varkas ist zusammen mit, äh, einem Trupp der Ritter, der Ritter des Ordo Favonius, ähm, auf eine Expedition gegangen. Übrigens, viele glauben, dass die nach Nathlan sind. Aber mit wie vielen ist er eigentlich los? Mit 80% der Truppenstärke oder der Kampfstärke des Ordo Favonius. 80%! Das heißt, im Grunde, ähm, weil sich die Abenteurer-Gilde ja auch in Kriege eigentlich nicht einmischt, liegt, ähm, liegt Mondstadt so in etwa bei 20 bis 25% seiner eigentlichen Stärke. Da sieht man mal eigentlich, wie sicher dieses Land ist, aber auch wie verdammt stark, wenn man sich so denkt, dass, ich sag jetzt, bis 25%, weil wir haben, ich denk mal, so Leute wie eben Bennett oder wie, ähm, Fischhild würden durchaus helfen, könnten aber natürlich nicht so viel machen. Während aber auch ein, ähm, Diluc würde durchaus helfen, gehört weder zum Abenteuer-Gilde noch zum Ordo Favonius. Eula gehört zum Ordo Favonius, ne? Aber, aber, ähm, Diluc ist auch von der, äh, von der Story her durchaus stark. Und natürlich, Venti würde ebenfalls mitspielen. Der ist zwar, ähm, ich würde sagen, inzwischen ist er der drittschwächste, äh, Arcon. Wobei das diskutabel ist, weil ich hier Furina in ihrer jetzigen Form mitzählen würde, beziehungsweise auch in ihrem Job als, äh, Arcon hatte sie ja eigentlich keine Kraft. Aber, ja, da, also, dass Venti stärker ist als Furina, ist, glaub ich, kein großer, kein großer Sache. Aber, ich denke, er ist lore-technisch gesehen auch stärker als, ähm, Nahida. Klar, gegen, ja gut, Zhongli, da wissen wir halt bis heute nicht, wie stark er wirklich ist. Eventuell ist Venti sogar inzwischen stärker als Zhongli. Ähm, ähm, aber okay, gegen Ai hat er keine Schocks. Das brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ai ist, die, ich glaub, Ai hat momentan echt nur eine wirkliche Konkurrenz und das ist Nüvelet. Ai oder Nüvelet, einer von den beiden ist der stärkste Charakter, den wir momentan in der Story haben. Rex Lapis hat ja einen Großteil seiner Kraft, ähm, aufgegeben, um als Zhongli ein möglichst normales Leben zu führen. Wie weit er diese Kräfte schnell genug zurückbekommen kann, wenn es zu einem Angriff oder so käme, weiß man nicht. Naja, gut, soviel dazu, ich hab keine weiteren Fragen mehr. Äh, hang on a sec, Havon's still got a question about the Gnosis. When we spoke to Lenny earlier, he mentioned that your attitude towards giving away the Gnosis had clearly changed. We guess that there might be some reason for it that only you were aware of. Hm, no wonder the house of the hearth is the Fatui's intelligence division. They are certainly sharp. So regarding this specific issue, I was just getting ready to share something with you. Uh, what is it? In truth, I exchanged some further words with that lady named Skirk after sending you two back to the surface. It went something like this. Okay, jetzt bin ich gespannt. Skirk war ja nur wirklich sehr kurz zu sehen und hat nicht viel Sinn ergeben eigentlich. Halt so ein Deus Ex Machina, weil... We're going to head to Halfside to see what's going on. You hurry over soon as well, all right, Nervelet? What next? The all-devouring Narwhal isn't here, so I'm no longer getting any interference. I can finally catch the scent of your power, what it's made of. It is the authority of the planet's primordial dragons, but with something very similar to a god's curse mixed in. It's quite a novel blend. I'm sure I've encountered something like this before. What was it again? I do not know what you speak of. Oh, of course. How could I forget? You should have the remains of the Third Descender on your person, yes? Remains? I've never heard of any such thing. Huh. According to your parlance, I believe it may be called a Gnosis. Well, that much is true. After Phosalor's divinity faded, she handed her Gnosis to me. But I fear I have never heard of it described in the manner that you just did. I've been training with my master, the Fowl, ever since I was young. And I have never returned to the surface since. So most of the information I possess, I got from him. It is only natural for those who are greater than humanity to possess a different sort of common sense. Which is why there are so many problems in our attempts to communicate with humans. Regardless, you should probably get rid of objects of misfortune to prevent any disasters from befalling you. To live in itself is a blessing. But once a person dies, the bonds he once had with this world shall all turn to curses. What do you mean by that? No need to fret. These are just my... personal thoughts. And my reason for no longer wishing to return to the surface. This third descender you refer to, who are they? And when did they die? Master never mentioned them to me. Perhaps it just wasn't that important for me to know. If you're interested though, I could ask him. I'll be sure to pass the answer on to you next time. Next time? You believe we will meet again? I do. Wait. I have a disciple of my own, don't I? He can be the messenger then. Okay. Ich bin mal gespannt, ob da irgendwas noch... That's what she told me. Whether it would prove useful or not. I wanted to pass that information on to you. The remains of the third descender? So that's what the noses actually are. Pine, I just thought they looked like chess pieces. How could they be a person's remains? All the same, assuming that there was no misunderstanding or special metaphor at play. That is what she meant to say. And she said that it would bring misfortune and that you should chuck it. Which is why you gave it to the Fatui. If she speaks the truth, then I would simply be putting Fontaine at unnecessary risk by keeping it here. Hmm. Ein Ankömmling. Sie hat einen von ihnen erwähnt. Ich bin der vierte Ankömmling. Für mich bedeuten diese Information zwei Dinge. Ja. Ähm. Damit kennen wir momentan, ähm, ja, drei Ankömmlinge. Einer, also der vierte Ankömmling ist die Reisende, beziehungsweise der Reisende. Der dritte ist die Person, aus der die Gnosis gemacht wurden oder die die Gnosis erschaffen hat oder oder oder. Und die dritte, oder der dritte Ankömmling ist der Sternverschlingende Nawal. Ja, das ist auch ein Ankömmling. Erstens hängt die Existenz der göttlichen Herzen mit den Ankömmlingen zusammen. Zweitens ist der Ankömmling vor mir bereits gestorben. Ich glaube, dass Sie bereits mit diesem Konzept kennenlernen können, aber ich habe nicht erwartet, dass Sie eine von ihnen sein können. Das bedeutet, dass die Gnosis, die sehr element-kompatible sind, und sogar auch die Elemental-kompatible sind, können auch die Elemental-kompativen, können auch die Elemental-kompativen, kommen aus der Third Descender. Hmm. Ich frage mich, ob Sie auch haben, ob Sie auch eine ähnliche Kompativen haben? Wie, äh, wie, dass Sie die Elemental-kompativen nutzen können, ohne eine Vision. Das ist schon eine spezielle Kompatibilität, richtig? Nein, nein, wir müssen jetzt nicht über diese Dinge denken. Es fühlt sich einfach... ...kriepig. Äh, das, äh, ist, finde ich jetzt eher interessant. Und ich frage mich ja immer noch, ob Paimon eine Ankömmling sein könnte. Wir haben nie so etwas, auch nur im Entferntesten wie Paimon gesehen. Ne? Was Kind recovers, wir können noch mehr Antworten aus ihm herausfinden. Oder gehen wir nach seinem Master und die Antworten in der Tat. Ich glaube, es ist unnüßig, zu machen zu viele blinden Wissen, wenn die Informationen nicht mehr verletzend sind. Das ist auch, wenn man in der Kirche zu sein. All right. Was auch immer der Fall, es scheint, die Krise hier in Fontaine zu Ende ist, bis jetzt. Ja. Kannst du den Willen der Götter verstehen? Ich glaube nicht. Aber irgendwann, ich, auch, würde ich sagen, dass wenn Wishes, wie die clouds in der Schuhe, sie würden, wie die Erde zurückkommen, als Raindropen. Life fließt wie Wasser, und Wasser ist die finalen Antwort. Die Wasser-Levels können manchmal tilten, oder andere, aber die Wasser fällt ziemlich auf alle. Und was, ultimately, ist die Unterschied zwischen den Räns, die auf alle uns fallen? Bisher einer der besten Story-Arcs, eine der besten Arcon-Quests überhaupt. Äh, okay, nee, er hat nix mehr Neues. Ja, dann würde ich sagen... Hm. Okay. Da fehlt noch ein bisschen was, aber ansonsten... Verabschiede mich... Verabschiede ich mich. Gruß Zynas-Fan.